2.85, super. Aber bitte treff, verwoll! Und noch einmal. Good job, Jungs. Super. Ich würde sagen, Schmor. Zauber habe ich nichts, dafür habe ich die Sense, was er als Einzelmann könnte. Schmaugel. Schimmerschuss. What the fuck? Tot. Keine Ahnung, Genghis kann nur das machen. Ausgewichtchen. Dein Verzweiflung schafft, weil er wäre echt gut gewesen. Vielleicht bleibt dabei, obwohl habe ich irgendwas noch kräftiges? Ne. Zack, Schmorgel ist schon okay. Sicher. Wird mal wiedergeburt bei Jessica. Hält EP zurück. Das Bild, dass ich nicht noch mal ruhen kann, dass sie nicht so eine runden Phase einen Countdown haben. 40. Schmorgel. Multiheilung. Du gehst jetzt mal drauf. Bam. Komm schon. Jetzt kann ich erst wieder. Schmorgel. Schmorgel. Zack. Multiheilung machen. Zerdank ist man nicht davon beeindruckt, von seinem Angriff da. Komm, der macht selbst mit dem Angriff vier zu... Das ist auch schon natürlich krass. Full Heilung auf sich selbst. Komm ruhig weiter. Äh. Wiedergeburt. Bitte lasst mich jetzt... Ja, Vollheilung. Yes. Der hätte ich auch nötig. Der hätte ich definitiv nötig. Pack. Vollheilung. Wind. Schmorgel. Ah. Multiheilung. Ah, der wird vielleicht ein bisschen schwerer noch. Ich weiß nicht, was da für Phasen kommen. Keine Ahnung, das ist jetzt Premiere mit dem Boss eh noch. Aber... Ja, die macht schon mit ihrem Zeug ganz viel Schaden. Ach, komm, nicht... Ah, das sehe ich auch fast alle, ey. So. Ähm. Letztens... Äh, nein, das wäre unglaublich, dass ich sie besiegen würde. Ja. Wupp. Dann brauchen wir ne... ...Vollheilung. Obwohl, die soll er mit ne... ...ne Multiheilung... Warte mal, ich will den Angriff einfach zurücktesten. 83, okay. Das war klar. 93, ja. Äh... Schmorgel. Wohl... Doch, Schmorgel. Zack. Dann machen wir die Cengiz-Vollheilung. Hm. Nicht Angelo. Uh. Dann werden wir jetzt Cengiz-Vollheilen. Hält ja viel aus. Äh... Vollheilung auf sich selbst. Cengiz macht weiter. Und Angelo holt mal wieder... ...Jessica wieder. Danke. Ach, komm. Ich wollte... Ah, toll. Die beiden, die wiederbeleben können, können jetzt nicht wieder... ...beleben. Yes. In dem Moment, egal. 10... ... 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 Oh. Are you deaf, my child? Aha! What? Are you laughing? Enough of the pretense. I know it was you who had gotten a laugh at school. Engineering a diverged. I was aware of your desire to be her successor. But to- What rot? How de- Arrest them! Exile High Priest Rollo to perfect life along with these. Yes sir! Er nimmt sich den Stab und die holt. They say that every dog has its damage. And it's- Er ist klar. Er ist klar. Er ist klar. Er ist klar. Was geht denn jetzt ab, ey? Oh mein Gott! Ha 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 ha. Ah, er kann auf jeden Fall diese Macht kontrollieren anscheinend. Ah, der Mond starb bei mir da mit dem Gesicht drauf. Ich komme hier locker raus. Aber ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns weiter. Bis gleich.